Mein Talent ist es, an Dingen zu bauen, zu basteln, zu entwickeln und einfach 100 Prozent zu geben. Das habe ich schon als Kind gerne getan. Wir sind über 350 Mitarbeiter hier in der Firma und trotzdem fühlt man sich als Teil einer großen Familie. Dementsprechend macht das Arbeiten mit den engsten Mitarbeitern super viel Spaß. Mein Antrieb ist es, täglich für verschiedene Branchen verschiedene Produkte herzustellen, wie zum Beispiel für den Automotiv- oder Medizinbereich. Ich produziere verschiedene Profile und auch Schläuche, die mit Aramidfäden vorgesehen sind, die für Strecksicherungen im Flugzeug halten. Dieser kleine Schlauch, den ich hier in N-Bitai produziere, fliegt um die ganze Welt in Flugzeugen, damit die oben in der Luft bleiben. Mich begeistert Präzision. Was begeistert dich?